Guten Morgen, heute ist Samstag, der 19.03.2016. Ich wollte mit euch mal wieder Morgengymnastik machen. Für alle, die sich auf meine Seminarseite, Zeitzeuge, SCZ, DDR verlofen haben. Ist eigentlich für ältere Leute, aber Junge dürfen auch mitmachen. Ist für den Bauch, für den Rücken, naja, meinen Bauch diskutieren wir nicht drüber. Ich arbeite aber wenigstens dran. So, fangen wir mal an. Zuerst nehmen wir uns hier, so, drehen, legen uns hin, Beine hoch, fünfmal und immer. Zwo, drei, vier, fünf. Dann fahren wir 20 mal Fahrrad. So, dann wechseln wir. Und wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunze, zwanzig, nicht vergessen. So. Jetzt nehmen wir das Bein hoch, legen es über das Knie, ziehen es ran, das Rechte mit den Füßen und versuchen einfach mal so das linke Knie wegzudrücken, das Rechte ran zu ziehen und so bis 30 zu ziehen. Zwölf, 13, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Das ist sehr gut für den Rücken und für die Beinmuskulatur und auch für die Arme, für die Oberarme. So. Jetzt wechseln wir. Geh auch durch, ranziehen und das Knie schön wegdrücken. Dann spürt man richtig, ranziehen und wegdrücken. Dann spürt man ein bisschen Hals hoch. Und 20, 21, 22, ich weiß nicht, wie jetzt mal hinten. So. Jetzt machen wir was für unseren Hals. Eins, das ist sehr gut für den Bauch hoch, weil den Bauch müssen wir nämlich immer anspannen, damit was überhaupt hochkommt. Und das machen wir 30 Mal. Können natürlich auch 20 Mal machen oder 10 Mal am Anfang. 25, 26, 27. Und richtig, dass man spürt, wie der Halswirbel sich entspannt. So. Bisschen. Aus. Jetzt nehmen wir die Beine hoch. Nach links drehen. Den Arm rüber. Und auch Gesicht nach rechts. Und die Beine drücken wir nach links und die Arme nach rechts. Und das versuchen wir auch so bis 30. Das spürt man direkt im Bauch und wie sich überall alle zieht und zerrt. 22. So. Gleich schon natürlich in die andere Richtung. Super, super, super. So. Jetzt kommt was richtig für die Bauchmuskeln. Die Beine anheben, einatmen und hochziehen. Ausatmen. Ich mach das immer sieben Mal. Ihr müsst halt mal sehen, was ihr schafft. Oder wollt. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Ja, ich hab natürlich noch Bons im Mund. Das sollte man nicht. Da. Ja. So, überstanden. Jetzt wechseln wir. Das legen wir hier. Das brauchen wir noch. So. Ich halte mich hier hinten am Schrank. Ihr müsst sehen, wollt ihr was kriegen. Leg mich hin. Und dann drücken wir den Bauch hoch. So 20 Mal. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Immer nur mit dem Bauch wücken. So. Jetzt kommt was als Ersatz für die Liegestütze. Hat meine Physiotherapeutin gesagt, sollte ich nicht mehr machen. Ich hab sonst immer 30 Liegestütze gemacht. Und dann wurde mein Rücken immer schlimmer. Er hat gesagt, jetzt machst du das. So, die Arme nach hinten. Den Bauch nach hinten ziehen. Den Bauch nach hinten ziehen. Dass man denkt, der kommt hinten wieder raus. Und dann 20 Mal so. 3, 4, 5, 6. Sind natürlich keine Liegestütze. Aber mein Rücken ist dann wirklich besser geworden. Und vorher immer schlimmer. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Früher habe ich 50 gemacht. So. Hat er weit noch 3 Tage jünger. So. Jetzt machen wir den linken Arm raus. Rechte Beine raus. 10 bis 10. So. Der Wechsel macht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Jetzt kommt die Löffelchen Stellung. Hier ist die Stellung. Bei der 3 habe ich das her. Am Anfang ganz schön schwer. So weit raus wie die. Und dann wieder zurück. Und das ganze war mal 5 Mal. 2. So. Habe ich euch schon mal gesagt. Nein. Da bin ich dann immer an meinem Leckerschrank nachts. Und so habe ich mich da mal angeschlichen. Hier. Hier. Mach ich leider immer noch. Deswegen kämpfe ich immer noch mit meinem Bauch. 5. Aber so ist das halt. So. Dann machen wir wieder das. 10 Mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist zum Ausgleich. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. So. Dann tun wir noch mal uns einen Leckerschrank anschleichen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Richtig schön raus. Das merkt man richtig hier wie das überall. 3, 4, 5, 7, 10. Okay. 5. So. Dann machen wir den Arm wieder raus. Den linken rechten Beben. Jetzt machen wir aber so raus. 5 Mal. 3, 4, 5. Das tut richtig gut. Hinterher. 2, 3, 4, 5. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Da nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt sind wir mal wieder unser Greifer. Für die älteren Semester. Die Jungen brauchen sowas noch nicht. Aber ich merke, wie das immer in den Knochen schon schwerer wird. Und alles in Ordnung. Und Kalzium und Magnesium. Alles hilft. So. Jetzt stehen wir auf. Wieder Bayern 3. Frühsport. Morgens um 6. In der Hocke gehen. Bauch nach innen. So leicht vorbeugen. Und dann einfach so machen. 1, 2, 3, 4, 5. Wechseln. Das ist mehr oder weniger Entspannungsübung. Und für die Bauchmuskulatur. Und die Halsmuskulatur. So. Jetzt kommt was für Gleichgewicht. Das hat es in sich. Passt auf. Das Bein hoch wie ein Storsch. Das linke. Die rechte Hand drauf. Den linken Arm raus. Den Bauch ziehen wir den Rinder. Da merkt ihr schon. Ich bin da auch noch nicht so ganz firm. Dann ziehe ich dieses Knie nach da. Und drehe mich nach links. Passt auf. So. Und dann im Wechsel natürlich. 1, 2, 3, 3, Übung macht den Meister. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Das kennt ihr auch schon. Rücken vorwärts suchen. Zum jeden drücken. Ich habe hier meinen Schrank. Die Füße. Die Füße. Gerade auf den Boden. Und dann drücken wir so schön. Und wippen. So. Und dann immer mal. So. Das ist mehr oder weniger Entspannungsübung. Und tut noch mal so schön. Den Bauch alle durch. Und im Mai kann ich hier mal meine wichtigsten Utensilien lesen. Was zum Beispiel in meinem Seminar vorkommt. Gefängnis statt Rolling Stones. Habe ich von der Stasi Akten gekriegt. Das betrifft mich auch. Kommt auch in meinem Seminar vor. Dann habe ich hier noch Schattenkinder. Hinter Torgauer Mauern. Das ist eine Leidensgenossin. Heidemarie Puls. Bekommt da auch über GJBH Torgau. Oder im Internet. Einfach gucken. Unter Schattenkinder. Hinter Torgauer Mauern. Oder einfach Schattenkinder. Oder Heidemarie Puls. Dann müsste das eigentlich sehr gut sein. Das möchte ich bald sagen. Besser wie ich. Aber es ist ja auch eine Frau. So. Das war es für heute. Tschüss.